Ich wollte unbedingt den Krankenwagen da einholen. Sie wollte mich nicht mitnehmen. Meine Freundin ist kurz vor der Entbindung. Was ist denn Ihre Bestzeit auf 100 Meter? 10,93. Schon mal drüber nachgedacht, bei uns anzufangen? Ich werde Fußballer. Wir wollen hier nur 90 Spieler haben! Wir brauchen solche Männer wie Sie. Bist du auch, wie das ist, wenn du jederzeit zur Freiwillig werden kannst? Glauben Sie, dass es schadet? Es ist eine Kampagne gegen den Hass. Deutschland ist auf dem richtigen Auge blind. Ich bin kein Ausländer. Ich bin Deutscher. Wenn du am Ende der Nahrungskette stehst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Ich muss hier weg. Vielleicht könntest du mir helfen, Papiere für den Kongo zu besoldern.